Willkommen auch von mir zurück. Schoppel hat auch gerade drauf gedrückt. Ja, wir suchen uns immer noch. Ihr habt bestimmt den letzten Part gesehen. Schoppel springt auf so einem Berg rum. Ich weiß auch nicht warum. Er hat halt Spaß dran. Er springt halt gerne. Das haben wir ja schon öfters beobachtet, dass er gerne springt. Ja. Aber gerade direkt auf den Berg hoch. Ich weiß nicht, was das soll. Ich verstehe das nicht. Hör doch mal auf damit. Fit bleiben, jung, dynamisch, energiegeladen. Ja, ja, ja. Jung, dynamisch, vor einem Banditen erschossen. Ja, das ist mir auch schon passiert. Siehste. Also wenn du jetzt was auf dich... Nee. Ich opfere mich halt gerne für andere. Ich bin halt so ein Humblemann. Na, wie sagt Dragos immer, bait. Was ist denn das da unten? Falls jetzt was auf dich zugelaufen kommt, nicht erschrecken, gell? Das ist die Brücke, die kaputte. Echt? Siehst du die? Ja. Okay, bist du immer noch in der 25? Bist du jetzt ein Stück weiter? Nö, nö. Ich bin dir entgegengekommen. Ich bin fast am See schon. Also im Prinzip an der Ecke, wo der Berg aufhört, wo die Brücke auf den See abbiegt, im Prinzip. Fast da an der Ecke bin ich. Fast. Wo die Brücke auf den Berg ab... Nee, auf den See abbiegt. Da die Ecke. Da bin ich fast. Also den Berg, wo du drauf warst, den sehe ich jetzt schon deutlich vor mir. Ja, da bin ich nämlich jetzt schon wieder weggelaufen. Bist du vor mir gerade? Wo bist du? Du hast eine Tarnhose an? Ja. Laufst du weg von mir? Weiß ich nicht, wenn du mir sagst, wo du bist. Bist du am Laufen? Bleibst du gerade stehen? Ja. Jetzt druckst du dich? Ich mach mir in die Hose. Alles klar, du bist das. Wo bist du? Ich war kurz davor, abzudrücken, ey. Wo bist du? Ja, ich komme. Ich komm dich holen. Also wenn... Ich bin noch nicht. Nein. Immer noch nicht. Ach da. Scheiße. Das waren jetzt fünf Meter, ne? Wieso siehst du mich denn nicht, ey? Scheiße. Ich kann nicht bandagieren. Ne, lass. Ich hab äh... Alter. Fast voller Energie. Sauber. Ich hab dich nicht gesehen. Klasse. Finde ich gut. Hilfe. So. Ja, wo gehen wir hin? Ich stell mal einen Blick auf die Map. Boulder City. Sollen wir es wagen? Ich mein, der Service hat ziemlich le... Ja gut, 18 Leute. Sollen wir es wagen? Ja, sterben tun wir so oder so. Also riskieren wir was. Alles klar. Also ich hab momentan, hab ich äh... mein... ...Fernglas in der Hand. Was hat der Dings gesagt? Man soll die Waffen immer schön ausrichten, wenn man zu zweit ist. Dann haben die Leute Angst. Na gut, dann ruhig besser mal die Pistole in die Hand. Du hast doch grad ne Hand oder nicht? Ne, ich hatte äh... Äh, hier. Hier, Kleinglas. Achso. Um zu gucken. Aber ich seh da noch keiner. Also auf der Brücke vorne ist schon mal keiner. Dann halt mal ein bisschen Ausschau, genau. Und denk dran, nicht schießen. Zumindest beim Zombie nicht. Ja. Ja. Das war das letzte Mal, wo ich dann verreckt bin. Das tut mir echt leid. Ich hab irgendwie... Vielleicht war es ein Lag oder so. Ich konnte nicht mehr rückwärts laufen. Ich hing einfach fest. Ey, du bist genau in der Ecke hängen geblieben. Zumindest deine ganzen Sachen. Die lagen in der Ecke. Genau. Weil der Trager hat auch gesagt, da ist doch noch Platz und so. Du kannst doch laufen. Ich hab gesagt, nee, ich hing fest. Es ging gar nichts mehr. Das war echt ärgert nicht. Ja, ich hab's nur... Also ich war ja offline. Was heißt, kurzzeitig nicht... Ja, du warst grad abwesend, ja. Ich hab's nur in deinem Video gesehen. Ich guck immer hier grad rechts den Berg hoch. Da seh ich keinen. Ja gut, wenn jetzt so ein Tragus auf der Brücke liegt, haben wir eh keine Chance. Dann liegen wir schneller im Gras als sonst. Wir holen uns auch mit einer Pistole. Das ist dem egal. Ja. So, jetzt gucken wir mal die Häuschen da ein bisschen rein. Ob du irgendwie was siehst oder so. Nee. Lass uns zuerst mal auf die Brücke gehen. Auf die Brücke, okay. Normalerweise immer Sachen. Alles klar. Aber ich glaub, ich muss gleich mal doch den Baseballschläger ausrüsten. Ja, das mach ich jetzt auch mal. Ja, das ist, glaub ich, äh, schlauer. Moment, warum macht er die Sechs nicht? Nein, du musst den, äh, du kannst den leider nur für die Zwei holen. Ja, ich hab's grad gesehen. Ja, ja. Entweder Pistole oder Baseballschläger. Das ist immer die Scheiße, wenn die Pistole ausgerüstet hat, dann kommt ein Zombie auf dich zugelaufen. Du hast, du hast, du hast einen Baseballschläger, gell? Da vorne ist ein Zombie. Dann nehm ich mal die Pistole, falls sonst jemand über den Weg läuft. Alles gut. Also da vorne läuft ein Zombie. Ich hol jetzt aber grad mal mein Fernglas. Also hier auf der Straße vor uns ist keiner. Ach du Scheiße. Da vorne ist eine ganz große Gruppe Zombies. Okay. Ah, es ist aber noch ein Stück. Ich seh die noch nicht, aber okay, wenn du das sagst. Ne, ganz hinten, hinter dem LKW, der da vorne steht. Ganz weit hinten stehen die. Also wird den Zombie hier vorne, ist hier keiner. Da links ist einer, hinter dir, Achtung. Ach ja, ich seh. Da liegt irgendwas Blaues. Bandagen. Oh, hier sind doch ein paar Zombies, ey. Na, lass uns mal auf die Brücke laufen. Hier liegt noch was. Na, nimm mal mit, Achtung, da kommt ein Zombie. Sehr schön. Wo bist du, aber da? Ach, Scheiße, immer dieses schnell Laufen. Ich vergesse das auch immer, ey. Zwei Zombies gezogen. Holst du mal deinen Baseballschläger? Ich glaube, du musst mir helfen. Okay. Ich zieh sie erst mal auf, nicht. Ah, einen hab ich schon. Das müssten sie mal ein bisschen anders regeln, dass man mal schneller switchen könnte. Ja. Also die Beste kommt immer noch, wenn du ein Maschinengewehr hast, auf der 1 und auf der 2 dann ein Hammer. Ja. Da kannst du schon mit dem Mausrad scrollen. Oh, hier ist was drin. Und es ist noch ein... Du hast, hast du ein Ersatzmagazin mitgenommen? Eins hab ich mitgenommen, ja. Was liegt denn hier Gutes? Bag of Chips. Lecker. Das liegt hier. Bag of Chips. So, hoffentlich sieht uns hier keiner. Was gibt's hier noch Gutes? Nix. Kaputte Autos und Bus. Ich bin ja mal gespannt. Das wäre echt geil, wenn du hier Autos fahren kannst. Also Autos fahren kannst du später mal. Warte mal, mal langsam. Ach ne, es war nur ein... Da steht ein Zombie. Es sind doch wieder Zombies gespawnt. 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 Da vorne stehen zwei Zombies. Da hinten ist noch ein dritter. Also drei Stück vor uns. Okay. Das erinnert mich hier gerade, ich weiß nicht warum, irgendwie an I am Legend. Keine Ahnung warum. So ähnlich. So, wir haben 3.41 Uhr, das heißt, wenn wir Glück haben, gut sind und wir übers Leben, dann haben wir bald Tag. Hat einen Vorteil, man sieht mehr, aber einen Nachteil, man wird auch eher gesehen, ne? Ja. So, du zwei rechts. Kommt der eine auf mich zu? Nein. Wo bist denn du da? Na, der eine kommt auf mich zu. Ne, ich wollte den anderen. Ich nehme den anderen. Okay, mach du. Aua! Aua! Entschuldigung. Habe ich dir viel abgezogen? Nö. Geht schon. Ich muss was trinken, so ein Scheiß. Oh Gott, ich habe nur eine Dose Cola. Ich hatte eine Dose Cola. Ja, trinken ist eine gute Idee. Wir gehen mal hier rechts in das Haus rein, würde ich sagen. Ohne den blöden Zombie da vorne zu ziehen. Ach, so. Wir schlagen uns besser als erwartet, kann das sein? Oh, ich sehe gar nichts, ey. Ja, das ist ja scheiße. Es kann sein, dass hier hinten in den Häusern, die so nahe an der Brücke sind, glaube ich, ist irgendwie nie was drin oder war noch nie was drin. Hm. Das sind Zombies. Ist das da vorne? Auch ein Zombie. Oh, wo kam der denn her, ey? Gut. So. Ich glaube, ich hol mal Kaffee die Pistole. Willst du den Baseballschläger? Ich habe ihn in der Hand. Gut. Dann durch die Pistole. Also da vorne ist dieser Haufen von Zombies. Na gut. Haufen. Mittlerweile sind es nur noch vier. Lass uns mal hier rechts reingehen. Hast du gerade etwas verloren? Wieso hat der mit dir gerade etwas angezeigt? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du eine Bandage gehabt zum... Hast du was in der Hand gehabt gerade? Ja, einen Baseballschläger. Der hat mir etwas angezeigt bei dir gerade. Komisch. Na ja. Auf die Schnelle konnte ich das nicht sehen. was. So, ich hol mal gerade die Fernglas. Da stehen zwei Zombies. Auf der Brücke sehe ich schon mal keinen, aber das heißt ja nichts. Stragos habe ich auch nie gesehen. Den siehst du, ne? Den spürst du noch. Ja. Das ist echt ein richtiger... Der kennt das Spiel richtig gut. Ja. So, da drüben in das Haus rein, so schräg gegenüber. Da? Ist das offen? Ja, da. Ich hoffe doch. Jetzt siehst du die Zombies da hinten? An der Hausecke? Jetzt sehe ich sie, ja. Ja. Na doch, ist offen. Es ist aber nur so ein Rundgang. Ich glaube, da findest du auch nichts drin. Ja, okay. Dann gehen wir hier links rein. Oh, hier liegt doch was. Bandagen. Wird sie hier vorne rausgehen oder wollen wir hinten weitergehen? Äh. Ach, macht der denn hier? Also da vorne ist der Hubschrauber geradeaus. Da müssten wir hier über die Straße. Ich zähle hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zombies auf der Straße. Auf der... Auf der Kranhaus. Gehen wir lieber mal hier unten rum oder so. Genau. Können sie irgendwie vorbeischleichen und dann hinten rum irgendwie drangehen. Ja, wenn wir hier über die andere Straßenseite gehen, dann können wir auch grad noch hier reingehen. Genau. Was ist das? Zombie. Gut. Ich hör bei dir die komische Musik. Nix drin? Können wir mal die Treppe hochgehen? So. Nö. Gar nix. Super. Toll. Aber ich merk grad, umso heller es wird, umso mehr bricht meine Framerate ein. Aber bei mir hat er momentan um die 17, 18. Ja, bei mir auch. Ich stehe immer so. Ich stehe immer so forsch um die Ecken rum. Da muss nur einer auf mich warten. Ja. Schon liege ich da. Das Problem hat er doch Tragosmob. Einmal lag er da. Hast nur ein Schuss gehört. Ja. So ist es. So. Gibt's denn hier ein gutes? Ach, da unten ist das Wasser, da kommst du nicht rein. Okay. Du gehst hier rechts um die Ecke. Ich muss doch grad da vorne ins Haus reingucken. Okay. Ne. Brücke ist nix. Ne, ich hab grad geguckt. Also ich sehe nichts. Aber das heißt nicht viel. Oben am Fuß der Brücke sehe ich auch keinen. Hier bei den Autos sehe ich keinen. Ne. Wir sind zwar neunte neutral, aber das ist ja wie gesagt. Da vorne steht ein Zombie an den Autos. Und Polizei. Boah, jetzt hab ich gedacht, da wär einer. Das war auch nur ein Zombie. Äh, lass uns mal. Ich weiß nicht, jetzt sollen wir wirklich zu dem Hubschrauber hingehen. Sonst gehen wir lieber geradeaus in das Haus. Können wir auch machen, klar. Boah, diese Musik, ey, die ist so schrecklich. Ja, weil das Problem ist bei den meisten Spielen, wenn so Musik kommt, weißt du, dass irgendwas passiert. Ja. Weil die kommt ja hier immer nur so. Einfacher probt. Einfacher probt, einfacher sofort. Hier hinten. Hier hinten geht's hoch. Ja. 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 Aber es ist nix zu holen. Ja. 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 Ja.